Von jeher ist es der Wunsch der Menschheit, gesund zu werden, Heilung von verschiedensten Krankheiten bis hin zu seelischen Verletzungen zu erleben. Arztpraxen sind voll, psychologische Beratungsstellen sind überlaufen. Krankheit ist allgegenwärtig, oft chronisch, wiederkehrend und manchmal unheilbar. Seit jeher werden Menschen aber durch einfaches Gebet auf übernatürliche Art und Weise durch Gottes Eingreifen geheilt. Wir benötigen also viel mehr Raum für göttliche Heilung und das übernatürliche Wirken Gottes. Im Namen des Healing Ed Teams möchte ich daher auf eine bevorstehende Konferenz vom 3. bis 4.11. hinweisen, Miracles, eine Heilungskonferenz über zwei Tage in Duisburg. Zudem findet vor Ort am 3.11. ein Pastoren- und Leitertreffen statt. Dazu haben wir einen Gastsprecher und Konferenzredner eingeladen, Pastor Tom Laut aus Kalifornien, der seit vielen Jahren außergewöhnliche Heilungen bei kranken Personen, Menschen erlebt und wenn er für sie betet. Menschen mit Knochenbrüchen, Lähmungen, Dysfunktionen im Körper, Schmerzen jeglicher Art verschwinden und er hat viele Heilungen erlebt. Im letzten Jahr ist sein Buch Unlocking Kingdom Power – 5 Keys to Divine Healing in Englisch erschienen, was seitdem weltweit eine weitere starke Aktivierung von Christen im Gebet für Kranke freisetzt. Zudem gibt es hunderte YouTube Clips, wo er Heilung mit seiner Kamera festgehalten hat und Menschen begeistert von Gottes sofortiger Berührung berichten. Viele von ihnen geben anschließend ihr Leben Jesus. Tickets kannst Du also buchen auf C-Bands und ich würde mich freuen, Dich dort zu sehen und grüß Dich ganz herzlich, sei gesegnet! Musik 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 Musik